Brich segelt sie runter. Spring, du faule Sau. Spring! Spring! Na, ich geh halt wieder ran. Hör auf, in meiner Unterwäsche rumzuwühlen, du Pappnase! Ist ja unglaublich! Was machst du denn da? Groove? Hey Groove! Du bist cool. Du weißt auch genau, dass du jetzt ins Video kommst. Auf Youtube und so. Sie läuft so unglaublich cool. Und ab unter die Decke. Ich mache eben das Licht an. Einen Moment, rein! Da ist eine Katze! Da ist eine Katze! Ich seh dich! Ein scheiß Opfer! Ne? Ja... Ich seh alles, was du machst. Wie krieg ich die jetzt wieder da raus? Scheiße! Hallo! Hm? Groove ist das beste Hasenvieh, was es gibt. Nein, das glaube ich nicht! Was? Jetzt ist die Katze da! Guck mal, guck mal, guck mal! Hier ist sie da oben rein. Jetzt ist sie in der unteren Schublade. Ich guck mal. Machen wir eben das solche. Hallo! Du klickst auf Wandertour. Du klickst auf Wandertour. Was machst du denn für eine Scheiße? Ja, dann mach ich halt wieder zu. Tschüss! Puff! Und wieder auf. Guck mal, Groove kommt auch schon gucken. Was du da für eine Scheiße machst. Ne? Ne? Hallo Groove. Groove ist cool. Groove ist ein Weibchen und der beste Hase der ganzen Welt. Pfff! Ne? Guck cool. Sag Tschüss! Tschüss! Bäh! So und nur nochmal, um hier irgendwelche möchtigen Tierschützer direkt zu entwarnt. Äh, ja. Katzen sind nicht unglaublich angriffslustig auf Hasen, weil Hasen viel zu groß sind. Und selbst wenn, wir sind immer da, wenn der Hase da ist und die Katze gleichzeitig. Mal davon abgesehen, hat Klecks den Jagdinstinkt einer Erdnuss. Und den Intelligenzquotienten. Ja. So viel dazu. Ach du bist so blöd! Ah! Facts! Facts! Genau. Wiedersehen! In letzter Zeit filmst du immer nur diese ganzen blöden Hasen und Katzen. Das ist ein Meerschweinchen-Kanal. Film mal wieder mehr Meerschweinchen. Vor allem im nächsten Video viel mehr Meerschweinchen. See you bitches! Tschüss! 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 Tschüss!